willkommen zu meinem adventsvideo am heutigen sonntag den ersten dezember die aratina reticulata albino freut sich hier schon über die karotte ich hatte mal die idee solch einen adventskranz zu basteln ist auch mal was anderes aus gurke und karotte und ich wünsche euch somit einen schönen sonntag genießt den tag lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten video natürlich freue ich mich auch über die kommentare wie ihr diese idee findet bis dann tschüss